Hallo liebe Leute hier habe ich von Amazon eine Autoscheibenabdeckung zum testen bekommen. Es ist ungefähr 150 x 120 cm und von der Qualität ist es wirklich sehr sehr dick und sehr gut verarbeitet und da sind auch zweimal für die Spiegel auch Abdeckung mit dabei für die Außenspiegel und an den Seiten sind auch zwei Gummis die erweiterbar sind. Also finde ich sehr 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 schön. Also ich habe noch nie so eine dickere Abdeckung gehabt bis jetzt und ich sehe es auch zum ersten Mal. Das ist wirklich sehr stabil, sehr sehr dick. Es ist zwei oder drei lagig. Es ist nicht so wie diese billigen hier und auf der anderen Seite ist es schwarz eher wie ein Vlies. Also finde ich super perfekt und da sind zum Beispiel zwei so kleinere Flügel dabei die man in den Autotür reinsteckt und zumacht. Das kennt jeder natürlich und damit das nicht wegfliegt und auf der unteren Seite, also unteren Teil von der Scheibe, das zeige ich gleich, sind auch Magnete die sofort an dem Auto haften und die halten auch sehr sehr gut obwohl die Magnete so klein sind. Da sind ja mehrere Magnete um den ganzen unteren Teil. Also finde ich sehr sehr super. Leider gab es bis jetzt kein Frost, wo ich testen konnte, aber das wird hundertprozentig halten, weil das ist die dickste Matte, den ich je in meinem Leben gesehen habe und ich gebe da fünf Sterne. Ein Top Produkt ist es. Wir machen jetzt noch ein paar Jahre. Wie schon居st du unseren Text starts? Also wenn, du lenweisst.